Ich bin mir sicher, deine Mutter würde auch wollen, dass du dein Glück findest. Susu, komm her! Du musst auch mit aufs Foto! Mein Glück finde? Wie mache ich das? Willkommen in der Welt von You. In der Realität kann man nicht neu anfangen. Aber in You ist das möglich. Die Body-Sharing-Technologie bringt die verborgenen Stärken der User zum Vorschein. Endlich kann ich wieder singen. Nein, 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 diese Brot sind unwirklich. Wir haben es ins Ranking der You-Global-Viral-Charts geschafft. Das habe ich erwartet. Ich bin tot seiner! Niemand würde je auf den Gedanken kommen, dass hinter der wahren Identität von Belle ein mausgraues Landein wie du steckt. Jeder scheint ein Geheimnis zu haben, über das er nicht sprechen will. Susu, was ist los mit dir? Warum bist du hier? Nein, wer ist dieser Typ? Das Biest. Ich frage mich, warum er so viel Ärger macht. Weil er sich für cool hält. Solange du hier dein Unwissen treibst, kann der Frieden nicht gewacht werden. Wer bist du wirklich? Verschwinde! Er ist in Gefahr. Warte! Ich muss ihm helfen. Oh Melody, zeig mir dir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie sollen wir eine einzige Person unter 5 Milliarden Usern aufspülen? Das ist unmöglich! Um ehrlich zu sein, es gibt da etwas, das ich dich schon seit langem fragen wollte. Wenn die Wahrheit erstmal raus ist, wer will deinen Liedern dann noch Aufmerksamkeit schenken wollen? Was meinst du wollen? Ich will Weltstimme hören! Sing für uns! Was ist das so, Emperor? Ich frage dir dein Lied! Sozu! Ich geh niemals auf! Sing! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!